Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Ich zeige dir heute, wie man sich ganz einfach im Internet ein bisschen Geld verdienen kann. Und zwar geht das mit Euroklicks. Ich habe auch schon mal ein Video über Euroklicks gemacht. Da aber täglich in den Kommentaren richtig viele Fragen gestellt wurden, habe ich mir gedacht, ich mache einfach nochmal ein Video, wo ich das Ganze noch ein bisschen genauer erläutern und erklären werde. Außerdem werde ich heute auch ein paar Zahlen zeigen, was ich in den letzten Tagen überhaupt mit der ganzen Webseite verdient habe. Für die ganzen Skeptiker unter euch. Ja und in dem Sinne wünsche ich euch erstmal viel Spaß beim Video. Die meisten von euch werden sich jetzt bestimmt fragen, Euroklicks, was ist das überhaupt? Ja, Euroklicks ist ein Online-Sparprogramm, mit dem man durch das Shoppen, das Ausfüllen von Umfragen oder auch anderen Aktivitäten ganz einfach schon recht viel Geld verdienen kann. Wenn ihr euch dann anmelden wollt, dann geht am besten unten in die Beschreibung und klickt den Link an, denn nur dann bekommt ihr schon 150 Klicks gut geschrieben. Und das sind momentan so fast 2 Euro, also 1,95. Die ihr dann einfach bekommt, wenn ihr euch über den Link anmeldet. Also geht auf jeden Fall unten in die Beschreibung, klickt auf den Link und meldet euch dann hier unten an. Ihr könnt dann auf Gratis mitmachen klicken. Dann gebt ihr hier schnell eure Daten ein. Was weiß ich. Hans, dann das Geschlecht, Frau und dann die E-Mail-Adresse und das Passwort. Dann bekommt ihr eine E-Mail zugesendet mit dem Registrierungs-Link und dann seid ihr auch schon bei Euroklicks angemeldet. Wenn ihr euch dann erfolgreich registriert habt, kommt ihr dann auf die Webseite und hier steht schon, sie haben 150 Klicks. Das sind die Klicks, von denen ich gerade schon erzählt habe, die durch den Rev-Link kommen. Und dadurch habt ihr jetzt schon 150 Klicks. Ihr braucht noch 850 Klicks, um den ersten Wechselkurs zu erhalten. Das heißt, wenn man insgesamt 1000 Klicks erwirtschaftet hat, kann man sich schon 10 Euro auszahlen lassen. Ich würde euch jedoch empfehlen, erstmal eure Klicks zu sparen, denn so kommt ihr auf höhere Wechselkurse und könnt dann hier mit 50.000 Klicks schon 850 Euro verdienen. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, wie man jetzt überhaupt Klicks verdienen kann. Und zwar würde ich euch empfehlen, erstmal hier diese Umfragen zu machen. Ich glaube, das sind 9 Stück aus allen möglichen Themengebieten oder Lebensbereichen. So eine Umfrage dauert zwischen 1 bis 3 Minuten, also wirklich nicht lang und da kann man halt schon insgesamt dann 110 Klicks verdienen. Das ist so das allererste, was ich machen würde und dann habt ihr dann auch schon 260 Klicks. Das heißt, es fehlen euch nur noch 640 Klicks und ihr könnt euch schon 10 Euro auszahlen lassen. Als nächstes gucken wir hier mal zu extra Klicks verdienen. Als allererstes seht ihr hier oben schon Lucky Klicks Checkpot. Was ist das? Das ist einfach so ein einarmiges Banditenspiel, also so ein Klücksspiel, wo man mit einem kleinen Einsatz von 100 Klicks schon 100.000 Klicks verdienen kann, was dann in etwa 1700 Euro entspricht. Da ihr ja auch schon 260 Klicks verdient habt, könnt ihr jetzt auch schon hier draufklicken und dann einarmiger Bandit spielen. Gleich gewinnt ihr ja was. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Glück. So und dann kommen wir auch schon zum nächsten Punkt und zwar ist das Sportklicks. Sportklicks, ja da kann man halt Wetten wagen, je nachdem ob jetzt am Wochenende ein Fußballspiel ist oder ein Formel 1 Rennen stattfindet, kann man einfach hier draufklicken. Und ihr seht schon, Werder Bremen spielt morgen gegen Stuttgart, dann kann man hier draufklicken und für 100 Klicks an der Wette teilnehmen. Ich tippe jetzt einfach Stuttgart gewinnt, hatet mich jetzt nicht deshalb und dann schicke ich das ab. So als nächsten Punkt haben wir schon Panelklicks, das haben wir aber schon abgehakt. Das ist das hier mit der Umfrage und außerdem bekommt man auch Klicks, wenn man seine Profileigenschaften komplett ausfüllt. Aber darauf will ich jetzt nicht so genau eingehen. Der nächste große Punkt, den ich euch vorstellen möchte, ist der Punkt kostenlos und da sind manchmal echt richtig gute Angebote drin. Da gibt es manchmal Angebote, wo man nur die Webseite besuchen muss und dafür schon eine richtig hohe Anzahl an Klicks bekommt. Aber eigentlich ist der Punkt kostenlos dafür gedacht, dass Firmen ihre Firma verwerben können und ja, ihre Angebote bei Euroklicks zur Verfügung stellen. Angenommen, bei der Commerzbank jetzt 100 Euro Startgut haben und dazu bekommst du, wenn du ein Euroklicks Nutzer bist, nochmal 500 Klicks dazu. Der nächste Punkt, der eigentlich fast auch das gleiche bezweckt, ist der Punkt top Gutscheincodes und dann gehen wir einfach mal drauf. Hierbei werden wir ebenfalls Firmen für ihre Angebote, das heißt jetzt bei dem Beispiel mit Lidl, man bekommt 25% Rabatt auf Blumensträuße zum Muttertag und verdient dazu noch 7,8% an Klicks. Das heißt, wenn ich jetzt angenommen meine Mutter für 100 Euro Blumen kaufe, bekomme ich 780 Klicks auf mein Konto gutgeschrieben. Außerdem wollte ich euch noch was Praktisches zeigen und zwar, wenn ihr euch jetzt angenommen Schuhe bei Vans kaufen möchtet, dann gebt hier oben einfach Vans ein und dann kommen hier auch Angebote von den jeweiligen Firmen. Wie jetzt hier zum Beispiel 2%. Ich weiß, das ist nicht viel, aber es lohnt sich, wenn man sich jetzt täglich irgendwelche Sachen kauft im Internet und ja, dann würde man halt bei Schuhen für 100 Euro gut und gerne mal 20 Klicks bekommen. Heftig. Der letzte Punkt, den ich euch zeigen möchte, um Klicks zu verdienen, ist der Punkt Mitgliederwerben. Und da seht ihr auch schon, dass man per E-Mail, per Banner und auch per Text-Links, ja Klicks verdienen kann. Wie funktioniert das? Ganz einfach, ich gehe jetzt einfach mal hier auf Text-Links. Hier befindet sich jetzt euer persönlicher Rev-Link, den ich bei mir unter dem Video jetzt auch in die Beschreibung geschrieben habe. Was bewirkt der Rev-Link? Ihr bekommt immer, wenn sich jemand über den Link anmeldet, 150 Klicks gutgeschrieben. Das ist das, was auch ich unter dem Video jetzt gemacht habe. Das heißt, ihr als Neuanmeldungen bekommt 150 Klicks gutgeschrieben und auch ich als sozusagen Werbender bekomme auch 150 Klicks. So, und da hätte ich jetzt auch eigentlich alles Nützliche für euch vorgestellt. Ich zeige euch jetzt zum Ende des Videos nochmal, was ich in den letzten, ich glaube vier Tage sind das, genau vier Tagen verdient habe. Und da wechsle ich mal kurz meinen Account und dann sehen wir uns gleich wieder. So, das ist jetzt mein Konto nach den letzten vier Tagen. Davor habe ich es mir schon mal auszahlen lassen. Ich habe jetzt 7.847 Klicks auf meinem Konto und mir würden jetzt noch 2.153 Klicks fehlen, bis ich den besseren Wechselkurs erhalte. Um das besser zu verstehen, gehen wir einfach mal auf Klicks eintauschen. Denn hier seht ihr jetzt, ich könnte für 7.000 Klicks 98 Euro auszahlen lassen, würde aber nur einen Kurs von 140% bekommen und würde aber, wenn ich jetzt noch ein bisschen sparen würde, auf 10.150% bekommen. Das würde sich natürlich mehr lohnen für mich, deshalb will ich auch noch ein bisschen sparen. Aber wenn ihr ein Video sehen wollt, wo ich mir einen kleinen Betrag von zum Beispiel 10 Euro mal auszahle, um zu sehen, wie das funktioniert, dann schreibt das einfach mal in die Kommentare. Würde mich interessieren, ob ihr so ein Video haben wollt oder nicht. Und ja Leute, ich kann euch sagen, dass es wirklich klappt. Ich habe mir jetzt schon ein paar Beträge auszahlen lassen. Und wenn ihr Lust habt, neben der Schule oder neben der Arbeit auch ein bisschen Klicks zu verdienen, dann schaut einfach bei Euroklicks vorbei. Ich habe mich natürlich, bevor ich mich bei Euroklicks angemeldet habe, auch nach anderen Webseiten umgeschaut, die so in etwa das gleiche Ziel verfolgen. Jedoch muss ich sagen, ich bin mit Euroklicks echt am zufriedensten, weil der Support einfach echt richtig gut ist. Außerdem gibt es die Webseite laut ihrem Facebook-Account schon seit 1999, das besagt, dass die Webseite ja legal ist. Und das Geld, was ich mir auszahlen lassen habe, war auch immer zwischen zwei bis vier Tagen auf meinem Konto. Ja und mit diesen Worten will ich mich jetzt auch für euer Zusehen bedanken. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einfach mal ein Like da. Generell werden auch noch in Zukunft ein paar Videos zu Euroklicks kommen, denn ich habe da noch so einige Tricks für euch. Die ich euch in Zukunft zeigen werde. Wenn ihr die Tricks sehen wollt, dann abonniert mich am besten, denn die Videos werden jetzt auch demnächst kommen. Und dann sehen wir uns dort wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.